Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Nein, nein, ich war so weit, ich will nicht noch mal. Wir haben zwei oder drei Versionen von Mario EXE gespielt. Wir haben sogar Luigi EXE gespielt. Und jetzt spielen wir Peach EXE. Schon wieder? Also es scheint irgendwie eine Fortsetzung von irgendwas zu sein. Das sind diese verlorenen Wälder von Mario World. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Part gespielt habt, aber es war mein erster Super Mario. Okay, sieht schon mal gut aus. Aber wie springt man? Ich kann nicht springen. Er kann nach oben gucken, aber er kann nicht hüpfen. Hüpfen mal, Bruder. Man kann vielleicht gar nicht springen. Ist das wirklich? Aber doch, man muss springen können. Mach mal. Ah. Okay. Rennen kann man aber nicht. Okay, man kann nur springen. Oh. Ihr wisst, diese Art von Spiele. Das ist, das ist Kios, Kio liebt sowas. Wird dunkel. Wo endet das Spiel? Was, was wird noch passieren? Ich bin wirklich drin gerade. Kann man rutschen? Nein. Hast du die guten Nachrichten schon gehört? Oh, ich bin gespannt, was mit Peach ist. Ich bin wirklich gespannt. Hier geht es nicht weiter. Hier scheint es nicht weiter zu... Doch. Was, was fliegt denn hier die ganze Zeit runter? Was fliegt denn hier die ganze Zeit runter? Sind das diese Koopas? Du bist nur noch eines Schattens deines alten Ichs, aber... Ähm, aber ja. Etwas... Was stand... Der Rest habe ich vergessen. Aber alle guten Dinge enden mal. Oh mein Gott! Oh, schon... Oh, jetzt... Okay, 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 okay. Kann man hier sterben? Es wird passieren, aber du wirst noch eine zweite Chance bekommen. Ich glaube... Ich bin der Gott dieses Waldes. Suchst du nach mir? Ich bin derjenige, der... Ich kann immer noch laufen. Oh! 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 Das sieht geil aus! Das sieht... Oh! 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 Oho! Oho! Ist gut! Schon wieder? Bin ich jetzt gestorben? Ich glaube, ich bin gestorben. So cool, Leute. So creepy. Ne, er läuft jetzt anders. Er zappelt ein bisschen. Es ist anders. Es ist anders. Es ist anders. Es ist nicht dasselbe. Also es ist nicht so, ich bin nicht gestorben. Oh, Mario! Oh, Mario! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hab ich schon Oh gemacht? Nochmal. Er rutscht von allein. Es ist rutschig. Die Map ist rutschig. Er ist Schatten von sich selbst. Aber worum geht's? Was ist passiert? Erklärt mir doch mal, was passiert ist. Oh! Hätte ich das als Kind gespielt? Ich wäre durchgedreht. Kann ich hier hochklettern? Das glaube ich schon, ja. Und jetzt in diese blutige Tür rein. Oh, oh! Ich bin wirklich gehypt, weil ich es fühle. Ich hab voll Bock auf die Scheiße. Ich bin unter Wasser und kann laufen. Aber ich kann nicht rennen. Das nervt. Wenn ich nur rennen könnte, dann wäre es Spiel perfekt. Doch, er rennt. Wenn ich... Ne, er rennt nicht. Ich hab voll Angst gerade. Ich hab voll Angst. Ich kann wirklich... Weil der Jumpscare... Er wird kommen. Oh Gott. Wer ist dieser Typ? Wo ist der Typ? Ich hab ihn angeschrien, damit er weg geht. Aber meine Stimme war dann weg. Mario Geist. Jetzt schaut er mich nur noch an. Über... Er schaut mich nur noch über dem Fenster an und... Das Ding ist... Ich weiß gar nicht, worum es geht. Schon wieder? So langsam passiert... Man kriegt so häppchenweise dieses... Diese Story oder was die... Was das heißen soll. Was das so bedeuten hat. So langsam mit... Aber auch nicht so wirklich. Ich kann nicht mehr springen. Ah doch. Jetzt bin ich wieder hier. Ich... Ein Jumpscare wird kommen. Ah, da war was. Fliege. Bitte geh. Ich hätte nichts dagegen. Aber das würde mich nicht jucken. Kann er mich töten? Oh, nicht schon wieder. Das ist mein Lieblingsspot. Ich glaube, ich... Ja, bin wieder Gott von dem Wald. Also genau selber, was vorhin stand. Suchst du nach mir? Ich bin derjenige, der... Oh! 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 Ah, okay, okay, okay. Ich darf nicht sterben. Nein! Ich bin gestorben. Nein! Also man muss doch aufpassen. Shit! Okay, wir sind wieder da. Ich muss aufpassen, weil man kann sterben. Oh! Nein! Nein! Oh, schwer. Ist schwer. Wow! Oh! Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Nein! Nein! Ich war so weit. Ich will nicht noch mal. Okay. Oh mein Gott, das ist echt... Ist das Peach, die rumfliegt? Es ist schon Peach, glaube ich, oder? Nein! 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 Ich werde es schaffen diesmal. Ich werde es schaffen diesmal. Koste es, was es wolle. Kein Bock mehr. 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 Bis zum nächsten Mal.